Es hört sich verrückt an, aber ich werde ein Regenbogenfrühstück für meinen Mann machen. Kann man sich als Mann einer Influencer-Freundin etwas Schöneres wünschen? Und fertig ist das Regenbogenfrühstück. Würdet ihr auch gern etwas haben? Chris von Rohr weiss genau, wie man sich in der guten alten Fernsehwelt die Aufmerksamkeit des Publikums holt. Chris, do you want a blowjob? Nachher habe ich gesagt, ich habe schon einen Job. Als Insta-Influencer ziehen magige Sprüche weniger. Da muss auf nackte Haut gesetzt werden. Grill. Aber wieso? Von dieser Food-Influencerin kann sich der Von Rohr eine Scheibe abschneiden. Wenn ich traurig bin, dann mache ich bunte Nudeln. Denn bunte Nudeln machen das Leben bunter. Schocka lecker! Schocka lecker! So Middle-Aged-Männer auf Insta und TikTok, die sich als Influencer versuchen, singt der Zeppelot-Crew etwas unheimlich. Bye, 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 bye. Keine Angst, ich gehe nicht weg. Schade. Ich habe gerade eine gute Idee gehört. Nämlich eine bye-bye-Tüte oder eine bye-bye-Kiste zu packen. Mit all den Dingen, die du loswerden möchtest. Diese Idee ist völlig absurd. Pack mal die schlimmen Sachen in die Kiste. Oh, bitte nicht mehr. Oh, bitte nicht mehr. Oh, bitte nicht mehr. Aber bitte nicht noch eine Lebensweise halt. So viele Chancen, wie du jetzt gerade hast, ein Unternehmen zu gründen, Millionär zu werden, reich zu werden. Und weißt du wieso? Weil du eine Sache hast, die sie nicht haben. Ich zeig's dir. Wo ist die Sache, die sie nicht hat? Boops. Ach ja, Schwangerschafts-Influencerinnen gibt's ja auch. Zur Auflockerung etwas Frank-Time. Und ich sag, äh, ab in den Süden. Du bist eine Party-Kanone. Wie diese zwei Damen einen für die Ohren angenehmen Podcast produzieren sollen, versteht kein Mensch. Ich sag' sehr viel auf Türkisch. Mein Deck hat kein Türkisch. Sehr viel auf Türkisch. Ich will nicht operieren. Ich will nicht. Du hast mir am Bett gegeben. Ich kann gerade nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Man hat eine halbe Stunde lang mein AirPod gesucht. Das ist so krass. Ich war vorher beschneiden da. Nachher fällt er runter. Das ist so krass. Und wir haben die ganze Couch auseinandergenommen. Das führte so, wirklich, über eine halbe Stunde lang. Oh my God, who the hell cares? Etwa 270.000 Follower auf TikTok. Okay. Ihr kriegt hier, ja? Oh, nein, nein, nein. Oh Mann, der hier hat noch gefehlt. Drei Tipps, wie du sofort besser flirten kannst. Es ist so, sehr wie das gleiche alte Märchen. Ich bin Paula und ich sag' heute meine erste Karte mit mir zu. Ich bin gerade leicht, emotional. Okay. Erster Kilometer geschafft. Da könnte ich auch, könnte ich ausflippen, ne? Also blockiere ich sofort. Zum Schluss nochmals etwas Frank-Time zum Ausklingen. Der Sonne hinterher, ey, was geht. Der Sonne hinterher, ey, was ist. Bye, 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 bye. Bye, bye. Wirklichkeit. Untertitelung. BR 2018